Hallo und herzlich willkommen aus der Kabine zum heutigen Studio Insight. Heute arbeite ich mit euch mal direkt an einem kleinen Text und zeige euch mal so wie ich vorgehe, wenn ich einen Text bekomme, den ich einsprechen soll und wird auch nichts geschnitten, vollkommen uneditiert, so wie es ist, ist es auch am Ende und ich gehe mal hier auf den Screen und zeige euch mal an welchem Text wir heute arbeiten. Was ich meistens mache, wenn ich so einen Text bekomme, ist, dass ich im Grunde genommen erst mal vollkommen unverblümt drauf loslese, mir gar nicht zu viele Gedanken mache, um einfach mal ein Gefühl für den Text zu bekommen und ein Gefühl, wie so der Rhythmus und einfach so der Style ist und das mache ich eigentlich als erstes und deswegen mache ich das auch erst gleich mit euch zusammen. Wir sind am Morgen für dich da. Wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Und wenn dein Chef mal wieder ein Idiot ist, zaubern wir dir ein Lächeln auf die Lippen. Wir kennen uns vielleicht nicht persönlich, aber du kannst mit uns am Abend sogar ins Bett gehen. Ganz unverbindlich, ohne Verpflichtungen. Das sind wir. Dein Radio. Okay, da haben wir so ein paar so im Grunde genommen Breaks und auch verschiedene Phasen in dem Text und was ich dann als zweiten Schritt meistens mache, ist, ich gucke mal an, was möchte ich betonen, wo sind Pausen, wo möchte ich vielleicht so stilistische Highlights setzen. Das erste ist, dass ich das einführe und zwar, dass ich das wir betone. Also wir sind am Morgen für dich da. Wir sind am Morgen für dich da. Also so ein Bogen über morgen und dich am Morgen für dich da. Wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Das könnte man inszenieren. Also zum Beispiel, wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Dass wir dann wirklich das verpennt hier inszenieren und im Grunde genommen beim Munter dann die Sprache auch munterer machen. Dann geht's zum nächsten Punkt. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg. Ein Benefit. Oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Das eine ist im Grunde genommen eine Information. Das andere ist eine emotionale Sache. Also die Information sind die Stauinfos. Und das andere ist sozusagen, wenn du schon im Schlamassel drin bist, dann bringen wir dir gute Laune. Es ist eine emotionalere Ansprechhaltung. Also sprich, oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Also wenn es schon zu spät ist im Sinne. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg. Das ist der Benefit. Oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Wenn du schon im Stau stehst. So, jetzt kommt natürlich hier so der kleine Gag. Und wenn dein Chef mal wieder ein Idiot ist, das darf man natürlich hören, zaubern wir dir ein Lächeln auf die Lippen. Genau das auch. Das ist der Gegensatz. Der Chef ist der Idiot und trotzdem bleibst du gut gelaunt mit uns. Und dann kommt sozusagen die Pay-Off-Line am Ende. Persönliche Ansprache emotional. Wir kennen uns vielleicht nicht persönlich. Aber du kannst mit uns am Abend sogar ins Bett gehen. Bisschen sexy ins Bett gehen. Ganz unverbindlich ohne Verpflichtungen. Ganz unverbindlich ohne Verpflichtungen. So ein bisschen angelacht vielleicht, ja. Ohne Verpflichtungen. Das sind wir. Pause. Dein Radio. So. Das geht im Zweifelsfall wesentlich schneller natürlich, dass ich mir markiere oder mir überlege, wo will ich betonen, wo will ich Pausen setzen. Und jetzt spreche ich es nochmal mit der neuen Betonung und wir gucken mal, was sich verändert. Wir sind am Morgen für dich da. Wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Und wenn dein Chef mal wieder ein Idiot ist, zaubern wir dir ein Lächeln auf die Lippen. Wir kennen uns vielleicht nicht persönlich. Aber du kannst mit uns am Abend sogar ins Bett gehen. Ganz unverbindlich ohne Verpflichtungen. Das sind wir. Dein Radio. Ein bisschen gewollt ist es vielleicht noch. Müsste flüssiger sein, sage ich mal jetzt vom Gefühl. Deswegen mache ich da meistens noch eine. Dann habe ich den Text gut drin, die Betonung. Und dann kommt es einfach im Grunde genommen ganz natürlich, ohne groß drüber nachzudenken. Wir sind am Morgen für dich da. Wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Und wenn dein Chef mal wieder ein Idiot ist, zaubern wir dir ein Lächeln auf die Lippen. Wir kennen uns vielleicht nicht persönlich. Aber du kannst mit uns am Abend sogar ins Bett gehen. Ganz unverbindlich ohne Verpflichtungen. Das sind wir. Dein Radio. Alles andere ist im Grunde genommen probieren. Noch werblicher, natürlicher, dahinerzählt, flapsiger. Das sind dann Sachen auch von der Regieanweisung. Was möchte der Kunde? Was möchte der Sender hören? Was für ein Style möchte er? Soll so dicker draufgehauen werden? Oder soll es im Grunde genommen noch vielleicht zurückgenommener werden? Das könnte ich vielleicht nochmal machen. Eine zurückgenommenere, ohne diese großartigen Betonungen, sondern ein bisschen durchgesprochener, flacher. Wir sind am Morgen für dich da. Wenn du noch verpennt bist, machen wir dich munter. Auf dem Weg zur Arbeit verraten wir dir den schnellsten Weg oder bringen dir gute Laune, wenn du schon im Stau stehst. Und wenn dein Chef mal wieder ein Idiot ist, zaubern wir dir ein Lächeln auf die Lippen. Wir kennen uns vielleicht nicht persönlich. Aber du kannst mit uns am Abend sogar ins Bett gehen. Ganz unverbindlich ohne Verpflichtungen. Das sind wir. Dein Radio. Auch eine schöne Variante. Aber im Grunde genommen gibt es so einen Text dann viel her. Ich wollte nur zeigen, dass man mit so einem kurzen, kleinen Text auch viel arbeiten und viel machen kann. Und das immer eine schöne Sache ist. Und man merkt da, das entwickelt sich dann einfach. Und am Ende hat man eine Auswahl, die man ja auch kombinieren kann. Aber ich wollte euch eine Anregung geben, dass ihr auch mal, wenn ihr einen Text habt, einfach auch mal ein bisschen probiert, was kann passieren und was möchte man betonen. Und wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und ein bisschen darauf einlässt, kann man aus jedem Text was ganz Tolles zaubern.